Ja hallo meine Lieben, ihr wisst ja, wenn ihr schon länger auf MarbacherTV dabei seid, dass ich ein ganz großer Verfechter von Inklusion bin. Und alles was zur Inklusion beiträgt, gefällt mir. Darum mag ich diesen Werbespot so. Warum schickst du mir 3 Waffen für Weihnachten ein Geschenk? Und deswegen bekommst du dein Geschenk schon heute. Was auch immer Weihnachten dieses Jahr bringen wird, bei Peek und Kloppenburg kann man jetzt auch online shoppen. peek-kloppenburg.at Wow, was für ein Spot. Dieses Pärchen freut sich wirklich, ganz ehrlich, über die bevorstehende Geburt ihres einbeinigen Kindes. Fantastisch. Liebes Team von Peek und Kloppenburg, ihr habt ihr wirklich großen Mut bewiesen. Und ich hoffe, ihr macht ein gutes Geschäft dieses Weihnachten. Denn ihr habt es euch verdient. Ein Spot. Hm. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Plöp. 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 Kuck! Pass. So ist es noch so besser. Hm.